Mein Name ist Kim Kroker und ich bin seit 2015 bei BOSS angestellt im Vertriebsinnendienst für den internationalen Bereich. Die Hauptaufgabe besteht darin, Händler neu zu gewinnen und auch unser Händlergebiet natürlich zu erweitern weltweit. Diese unterstütze ich dann so gut, dass die unsere Produkte in den Markt bringen können. Außerdem gehören zu meinen Aufgabenbereichen die Messevorbereitungen wie die IFA jetzt dieses Jahr, wo vermehrt unsere internationalen Händler auch gewonnen werden. Ich schätze sehr, dass wir die Möglichkeit haben, auf jeden einzelnen Kundenwunsch sowie Sonderwünsche einzugehen und auch umsetzbar zu machen, aufgrund dessen, dass wir so eine hohe Flexibilität im Maschinenbau haben. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ich die Zufriedenheit unserer Händler sowie deren Kunden gewährleitet kann. Bis zum nächsten Mal.